Startup Yard ist eine interdisziplinäre Projektwerkstatt. Wir sind fakultätsunabhängig, das heißt, wir sind quasi für alle Studierenden offen. Ja, ich bin Enrico Kahl und ich leite hier den Werkstattbereich. Ich bin natürlich nicht alleine hier, wir haben noch ein Team aus fünf studierenden Hilfskräften. Wir nennen sie hier Lotsen. Unsere Lotsen kommen aus verschiedenen Fakultäten, studieren verschiedene Dinge. Ich bin Isabel, studiere Betriebswirtschaft und bin eine von fünf Lotsen hier im Team. Ich bin Paul Werner, ich studiere Produktdesign im fünften Semester und ich bin Lotse hier in der Startup Yard. Die Philosophie dieser Werkstatt ist, dass wir Studierenden kostenfrei die Möglichkeit geben, ihre Ideen umzusetzen und wenn da Ideen entstehen, die wirklich Potenzial haben, dann fördern wir die aktiv mit. Ein Makerspace, wenn man zunimmt, um einfach seine Ideen umzusetzen, wenn man die Möglichkeiten nicht zu Hause hat. Ich hätte jetzt nicht so eine Kapp- und Gärungssäge zu Hause zum Beispiel. Das kann man hier halt dann alles kostenfrei nutzen. Die Startup Yard beteilt sich in zwei Gebäude. Das eine Gebäude ist der Werkstattbereich und der Willkommensbereich und das andere Gebäude ist ein großer Raum für Workshop-Reihen, Vorträge, Seminare etc. Ich kann hier einfach herkommen und sagen, hey, ich habe mal eine Frage oder ich habe ein Projekt, könnt ihr mir dabei helfen? Und dann kann man halt gucken, okay, wer passt am besten zu deiner Idee von uns Lotse zum Beispiel. Wenn das jetzt ein Prototyp aus Holz wäre, könnte man sagen, okay, dann stehe ich da zur Verfügung, helfe bei der Umsetzung. Und wenn das jetzt irgendwas mit Informatik zu tun hätte, dann hätten wir zum Beispiel Kai, der da besser helfen kann. Ansonsten kann man einfach auf StudIP auch die Geräte buchen, zum Beispiel die 3D-Drucker. Für Studierende und Mitarbeiter kostet das überhaupt nichts. Also Material haben wir auf Lager, aber wenn es jetzt ein bisschen spezieller ist, müssen die Studierenden das dann halt selbst besorgen. Im Wesentlichen konzentriert sich unser Werkzeugpark auf verschiedene Materialien. Zum einen Kunststoff für 3D-Druck, Holzbearbeitung, wenn es darum geht, mal mechanisch zu arbeiten und auch Metalle, in dem Fall Aluminiumprofile, wenn es darum geht, mal Gewinne zu setzen oder so. Weiterhin haben wir noch zwei Nähmaschinen, wenn es darum geht, mal Stoffe oder dünne Leder Materialien zu verarbeiten. Die Startup-Jahr bietet einen sehr guten Raum für Anfänger sowie Fortgeschrittene, um ihre Ideen umzusetzen. Es ist auch so, dass man jetzt nicht gezwungen ist, hier unbedingt an die Kreissäge gehen zu müssen. Hier kann man sich hinsetzen, mit Studierenden reden, sich einen Kaffee ziehen und man kann sich hier halt auch einfach ausprobieren, auch einfach um über sich selbst einfach möglicherweise ein bisschen hinauszuwachsen und neue Dinge einfach auszuprobieren. Und ich denke, dafür ist die Startup-Jahr da wirklich gut gemacht. Die Startup-Jahr hat von 9 bis 17 Uhr geöffnet, von Montag bis Freitag. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020